mega okay auf geht's mit euch und let's go remy reicht für den sie kommen bitte lemon curry du machst es warte pablo du kommst echt ein bisschen spät für die ganze sache dir wird geantwortet so viel spaß hier ist das spiel dazu wir müssen gewinnen der gegner spielt modern hier moderne verteidigung faser spielt das ganz solide mit laufer die drei die mods sagen wir haben nie unentschieden gespielt die mods haben immer okay okay der stream leckt ein bisschen ja tut mir leid hin und wieder geht der upload runter obwohl das ist ein witz wir haben 22 uhr das internet kann doch jetzt nicht so was passiert mit den spenden die gehen alle an die opfer der flugkatastrophe der gesamte betrag spenden jetzt gleich im anschluss an die opfer der flugkatastrophe so springer h5 aha wir haben hier königs indischer aufbau gefällt mir erst mal bitte lemon curry ist schnell unterwegs ja kann man im prinzip ignorieren weil das droht nix einfach kurze rochade einfach normales schach weiterspielen springer f4 ist keine drohung kann man immer schlagen den springer ja solange der bau noch auf d4 ist und nicht auf d5 sind die schwarzfelder genug gedeckt vielleicht spielt das trotzdem nicht gerne ist das interessanter mit g5 eventuell okay springer bd2 erst mal jetzt kann auch springer f4 theoretischer läuft f1 machen wenn er es möchte und zur erklärung wenn das zentrum noch nicht geschlossen ist dann ist springer f4 keine drohung wenn weiß d5 macht dann ändert sich die sachlage d4 er muss aber nicht die fünf machen weil d4 ist protected dreimal geht alles noch ich würde einfach die dame entwickeln oder rochade doch weil alle ja voll übers internet schauen das kann sein dass viele bei er es kann auch sein dass es mit der olympischen spielen zu tun hat gerade vielleicht wobei läuft jetzt nicht abends ich glaube der tagsüber olympische spiele weil es ja erst in der nacht losgeht dass sie sind ja da habe ich doch gesagt es läuft tagsüber es geht ich habe doch schon geguckt japan ich habe doch schon geguckt also tagsüber bei uns läuft olympia und in der nacht in der nacht irgendwann fängt fängt an na gut anyway so jetzt kann ich mir viel so gestalten da haben wir zwei greift im bauner will wohl lang auch hier anscheinbar habe ich das gefühl ich würde ja kurz ruhig hier nicht lang der bauer für vier übrigens der ist nicht gut das ist eine schwäche und weiß hat ein super zentrum strategisch steht hier weiß besser f5 direkt aha spannend okay interessant nutzt auch so ein bisschen aus das weiß noch nicht die entwicklung abgeschlossen haben schlägt dafür kommt auf die vier es ist nichts passiert weiß kann einfach hoch hier es ist gar nichts passiert einfach hoch habe er lässt sich zu viel zeit hier für meinen schon welche richtung kurz lang es ist beides okay der druck wird höher der druck wird höher er braucht den sieg hier es braucht den sieg um das match auszugleichen die stellung ist strategisch besser für weiß viele felder schwächen auf der linie viele felder schwächen auf der e-linie turm e1 springer c5 viele ideen für weiß hier wird sich eigentlich von selber fernando sagt kannst du das late noch etwas anpassen dann müssen wir die tabelle größer sieht ja fernando wenn du mir sagst wo ich die tabelle hinziehen kann dann sehr gerne ansonsten wird das glaube ich in diesem stream nicht passieren so ja nicht so leicht für schwarz zu spielen springer c5 ist irgendwie auch ein lästiger zug läuft f5 ja aber es bleibt dabei jetzt das feld e6 dann auch schwach ich glaube ich hätte auf f5 erstmal geschlagen damit der turm schlecht steht auf f5 haben die sechs guter zug türme verdoppeln auf der e5 schlagen und springer c5 er macht es lässt der jahre b6 und dann springer die 3 zurück ja nicht weiß ich weiß dass man tony 6 aber türme verdoppeln stimmt damit die acht jahre ja aber türme verdoppeln ist gut weil steht einfach gut auf der linie und schwarz kann nicht gegenhalten und jetzt jetzt hat er zeitlich aufgeholt jetzt hat er zeitlich aufgeholt ei 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 er hat b6 kb6 ja springer zu beschränken ist um 6 6 ja es braucht nicht so klar ist jetzt aber auch nicht irgendwie der todeschlag der springer müsste jetzt über c1 nach d3 hier also ich würde könig b1 machen springer c1 springer d3 unter den f4 attackieren hat er gehört hat er gehört also es ist ein guter spiel er findet sowas ja man muss keine angst haben was da passiert weil springer d3 und dann springer e5 sieht auch so stark aus springer sauber stark ganz starkes manöver ja das stimmt der bauf f4 hängt jetzt auch haben die sechs da noch fach 6 lauf h6 denkt nicht wirklich aha jetzt ist fesselung fesselung jetzt muss jetzt muss er eigentlich wieder weg könig b1 oder damit c2 oder tumi 6 tumi 6 dahin okay ganz macht ja vielleicht a4 springer a5 springer b ja ja deswegen tumi 6 hätte ich auch gerne gemacht jetzt habt ihr macht da mit springer a5 springer c4 springer b3 auf geht's ja damen tausch kann er probieren springer e5 damit die drei oder sowas jetzt springe aber das gefällt mir nicht sieht sich an das gefällt wo noch mal 100 euro hier gerade gespendet von schachprofi not mir auch noch mal etwas für eure gute unterhalten das engagement super springer b4 damit die drei drei springer die drei scheiße ja 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 musste auch passbar lieber deswegen welche auch nach c1 gegangen und nicht nach a1 es ist ein ganz schöner könig b1 er muss weg wieder könig b1 er sieht es nicht ist auch noch geht es nicht noch geht es nicht aber es ist liegt in der luft was noch geht das ist doch total verloren damit c8 dann am ende turm a1 turm a8 er bereit ist wahrscheinlich jetzt vor er muss er muss den könig wegziehen von der von der von der den ganz von a1 ja total naja jetzt geht damit zwei gleich damit zwei kommen probiert damit zwei damit sechs er muss irgendwie figuren tauschen ja klar damit zwei er hat keine zeit mehr ziehen ich bin ein sehr geht das mal raus das ergibt natürlich auch so mit spät 4 damit zwei bitte kommt damit zwei ja natürlich damit zwar was sonst können jetzt sieben oder der torf a7 ist jetzt aus dem spiel genommen a3 b3 springer b2 spieler d6 alles gefällt mir tauscht die damen ist okay er tauscht die damen spieler der turm auf a7 jetzt ist der bauer weg ist egal aber a3 was aber sprich der e4 hängt der e4 der e4 hängt nimm weg nimm weg der e4 hängt diese was gibt es doch nicht er nimmt die nicht er stoppt einzug davor springer c4 liegt in der luft die sehen es nicht die sehen es nicht jetzt jetzt endlich mal nein zu spät nummer fünf nummer fünf nummer fünf nummer fünf ah nein das geht in die falsche richtung hier spieler c4 zurück auf geht's der c7 hängt c7 c7 könig b3 könig b3 könig b3 1 0 b5 aber es hängt alles er hat schon zwei bauen mehr das ist zu viel das ist zu viel die haben keine zeit mehr es ist noch nichts entschieden ja aber die zwei verbunden freibauen jetzt kommt der springer nach e5 ja wir wissen es klar aber es ist noch nicht vorbei noch nicht aber jetzt sind die vor der chancen auf enorm gering springer g4 springer f6 wäre auch aus eigentlich aber es passiert nichts es passiert nichts er muss den baum laufen lassen ja klar okay es ist ja der sogar noch diesen bauern kann man die sieht um die sieben thomasin der springer auf e5 zu sicher zu sicher sind keine zeit mehr er hat er ist doch jetzt wird so 50 der macht das jetzt schon der c4 jetzt wieder vor der tormen der tormen 6 sicher ja schwarz hat überhaupt keine möglichkeiten könig e7 noch ein bauer weg springer schick hier schön gesehen schön gesehen auf jeden fall schöne ressource doch aber es sind trotzdem drei minus bauen wie man es dreht und wenn wort was macht er jetzt warum schlägt es immer noch gewonnen aber warum macht er dann macht er das c6 kommen man jetzt bringt den könig wieder sie doch den scheiß bauern vor oh gott oh gott oh gott oh gott das war es nicht gleich künftig die sieben das muss warum macht er die für mich ja nicht ja keiner machen jetzt passen yes geile partie geile partie a 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